Halt! Umkehren! So habe ich das eben verstanden. Der Prophet des Bedauerns will Halo aktivieren. Sind Sie sicher? Ich erleuchte diesen Heiligen Ring, schüre die reinigende Flamme und brenne einen Pfad zur Göttlichkeit. Wie bescheiden. Commander, wir haben ein Problem. Schon gehört. Wie ich das sehe, braucht der Prophet ein Objekt. Den Index. Zum Aktivieren des Rings. Ich habe eine Bibliothek ähnlich der auf dem ersten Halo entdeckt. Wenn die Ringe gleich funktionieren, müsste der Index dort sein. Ich wette, die Allianz hat das auch schon rausgefunden. Wir sollten Ihnen zuvor kommen, Sergeant. Holen Sie Ihre Männer, wir treffen uns in der Bibliothek. Ja, Ma'am. Ich sichere den Index, Chief. Sie erledigen den Propheten. Jetzt wissen wir alles, was wir brauchen. Und damit willkommen zurück bei Halo. So, anscheinend töten wir heute einen Propheten. Hoffentlich. Ja. Oh. Ich habe gar nicht mehr das Schwert vom letzten Mal. Schade. So, wo muss ich hin? Da hinten ist die Tür. Da will ich durch. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Denn da wäre ich fast reingefallen. Ich habe einen blutrünstigen Cyborg. Und was hast du zu beenden? Ein blutrünstiger Cyborg? Bin ich damit gemeint? Wenn ja, ja, dann hast du recht. Und ich bin fast gut. Das ist nicht sehr gut. So, was haben wir hier? Du gehst weg. Oh nein. Wie schade. Okay. Äh, wo muss ich hin? Hallo? Kann mir irgendwer helfen? Wo muss ich hin? Oh. Ähm. Was zur Hölle ist gerade passiert? Meine Marines sind auch weg. Ähm. Da bist du ja wieder. Ah. So. Wo muss ich hin? Ah, okay. Jo. Ah. Hier muss ich drauf drücken. Mhm. Das Ding ist so hässlich, dass wir Tränen lieber über den Hintern kochen. Das nenne ich Teamarbeit. Jo. Du hast alles gemacht. Bin ich gut. Also, in der Öffentlichkeit Leuten mit dem Schritt ins Gesicht zu springen ist, glaube ich, nicht gern gesehen. Oh, hallo. Na? Wie geht's euch so? Wie zwei Kreuzfahrtschiffe, die aneinander vorbeifahren. Wir haben den besseren Kapitän. Ihr Arschgeigen. Ihr Arschgeigen. Ja. Fahrt nur weiter. Los. Macht schon. Ja, den haben wir es gezeigt. Ich hab wirklich fast keine Munition mehr für das Ding. Scheiße. Ja, dann. Ist mir leid. Aha. Komm. Mach schneller. Ähm. Ähm. Das war so. Aua. Okay, das hat mich überrascht. Ha. Gut so. Oh. Was ist der Helle? Ah, ja. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. Ja, Gott sei Dank. Sonst wären wir jetzt nicht hier. Hey, yo. Hey, yo. What the fuck? Hat das schon immer so grün geleuchtet auf meiner Schrotflinte? Egal. Ja, ne? Sieht auch gut aus hier oben. Ne? Jo. Irgendwas greift mich an. Aua, aua, aua. Dich hab ich gar nicht gesehen. Alter, kurz Panik bekommen. Na die. Jitos Delitos. Stirbste endlich mal, danke. Bilder. Ganz schön war es aus geil. Oh. Stirb. Aua. Hat nicht so gut funktioniert. Diesmal ist er One-Hit gewesen. Fack. Was ist der da hinten drin? Soll ich euch denn umbringen? Ihr Drecksviecher. Ja gut. Mit allem kann ich wenigstens umgehen. Das macht nichts. Das macht ihm einfach nichts. Ja, ich glaub, das bringt nichts. Dafür aber vielleicht der Schrotflinte mit nur einem Schuss. Hier liegt eine Granate. Nein, mach doch nicht die Tür auf. Drecksviech. Ja. Ja. Der Schuss hat, äh, gesessen, ne? Ähm. Ah. Ja. 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 Das hilft dir aber nicht. Oh doch, das hilft dir anscheinend schon. Stirb. Scheiß Dreck. Warte, ich hab Grunts gehört. Sind die jetzt auch unsichtbar, die Drecksviecher? Ja, sind sie. Sind sie. Könnten überall sein. Äh, was zur Hölle ist das denn? Fische. Wahrheit, Gnade, Bedauern. Drei Propheten hier raschen. Bedauern zu töten, sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen. Aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher eingefallen. Oh, scheiß drauf. Werden alle drei umbringen. Hehehehe. Und so zerschmetterte er den Dämon. What the fuck? Und jetzt ist er in einem Schlag gestorben. Was zur Hölle ist hier los? Oh, lieb. Das ist meine letzte Tour, Chief. Tastung ist fast alles. Der erste Turmkomplex ist sicher, also gehe ich nach unten. Lagen Sie Bescheid, wenn ich Sie holen soll. Ach so. Oh, hallo. Er droppt mir wieder ein paar Waffen. Hätte es auch besser machen können, ne? Aber ich soll mich eigentlich nicht beschweren. Mission Control sagt mir, ich soll mal lieber dankbar für das sein, was sie mir geben. Hier, hier, hier. Und weg zu dir. Und das war die falsche Taste. Und ich knüppel die einfach zum Griff über den Kopf. Und jetzt kriegt der Nächster einfach ein paar Schrotkugeln ins Gesicht. Auch wenn mein Midmarine einfach ein komplettes Biest ist und alles andere hinter mir, was ich übersehe, umlegt. Auf geht's. Oh mein Gott. Ich stirb. Ich sagte... Ach so, du lebst vor allem. Jetzt kann es auch nicht mehr am Bleinmangel leiden. Oh. Ja, okay, komm. Da geht's. Können wir jetzt endlich mal den Propheten umbringen. Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger. Ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Da, ich seh's doch schon. Was zur Hölle seid ihr? Ach, natürlich, welche mit Jetracks. Oh, hallo. Fuck. Ach, da hinten sind auch Banshees. Ja, schön. Ach so. Ja, das war's wohl mit meinen Marines. Ja. Willkommensgeschenk. Schon wieder nicht getroffen. Oh. Oh, Gott. Das ist die größte Allianzflotte aller Zeiten. Ey, oh, scheiße. Kacke, nicht. Das ist eher Dünsche, Salzkalle, ey. Nicht noch einer, ey. Du dreckiger. Heise. Granade. Hallo. Ja, das ist nicht mein Problem. Kommt sofort her. Oh, scheiße. So, jetzt noch mal. Mal sehen, wie viele Raketen ich für den brauche. Kommen wir her. Pumpliches Ding. What the fuck? Was tun wir? Ach, warte mal. E-drücken? E-drückt. Hallo? Was für eine Scheiße. Die große Reise wird nicht nach dem Haarschnitt verpasst. Äh, Kudo. What the fuck? Los mal zum Typ, zeig's ihm. Einer. Ins Gesicht. Das war's. Hey. Was für eine Scheiße. Scheiße, war das anti-klimatisch. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Wie ein Stein. Das ist nicht ihr Grab. Aber sie sind willkommen da drin. Und bis dahin sage ich, habt doch einen schönen Tag.